Mein Treffer. Ich werde unser Feind besucht und wir es am wenigsten verwahrt. Mal gucken. Ja, ich versuch's immer wieder darüber zu kommen, aber... Ich lass es mal sein. Erwartet. Jähäh. Irgendwo ist immer zwei Uhr mittags. Ich grüße euch. Ultimate Land. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer nähern sich. Verteiligen Sie Zielpunkt A. Oh, oh Gott, oh Gott, da kommen ja schon ganze Ziele. Ich werde sterben. Ich werde sterben! Tracer? Lass es. Knutschen darfst du mit, Widow, aber nicht tun. Oh mein Gott, viel zu viel mehr. Der Flut steht dir. Ja, steht dir so super... Oh mein Gott. Ich darf sowas von wechseln. Ich brauche jemanden, der exklusive Argumente hat. Ja, das ist bei mir das Problem. Die Bemerkung ist bei mir immer. Scheiße, haltet das. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Und kämpft fünf, Alter. Ja, ich komme ja schon. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Für was? Aha, Jason, hast du nicht mitgerechnet, ne? Alter, die arbeiten richtig krass zusammen. Bist du mitgestorben? Boah, die sind richtig... Agro drauf. Ich bin halt ein Späckzünder. Hm. Ja, wenn er mal schneller hinken würde, dann würde ich auch schneller kommen. Ich blicke hier gar nicht... Alter, die setzen eine... Was macht die denn da oben? Farrah? Alter. Titzer pflücken uns aber hier. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ganz ehrlich, ich fühle mich so alleine. Wie immer. Oh, nö, ey. Geh doch mal weg. Geh kracken. Mir steht keinem Weg. Hauptsache blöd Laber. Oh, weia. Okay. Ob das noch was wird? Ich weiß es nicht. Die sind gerade... Oh, die arbeiten so krass zusammen. Oh, genau jetzt hat er es gemacht. Scheiße. Ich wollte ihn wegbauen. Oh, ich bringe gerade die Tracer da noch mehr um. Hey, wir müssen die... Die muss weg. Die muss weg. Die ist krass, die muss ich hier. Kleine Hexe. Das war ein taktischer Fehler. Hilfe. Hach doch die Kulisse auf. Ich habe mich gegelt. Wofür bezahle ich euch ein? Lass mich nicht retten, wenn ich mich nicht kenne. Die sich gerade selber nehmen. Ich dachte mir gerade. Doch, sie hat sich selber umgebracht. Ich kenne das. Das ist mir auch schon passiert. Oh, fuck. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ah. Ja. Das ist irgendwie die Erfahrung, die man macht. Immer wenn das... Wenn die gehen, ist es vorbei. Ja. Wir haben jetzt zwar gut aufgehalten, aber jetzt holen sie sich den Checkpoint, ne? Tracer hier. Tracer hier. Tracer hier. So ein Scheiß. Diese Merce, ey. Diese verdammte Mercy. Hau da mal ab. Was willst du? Was willst du? Wo willst du jetzt hin, hä? Wo willst du denn jetzt hin? Was suchst du? Auch Nerven. Boah, ist die Scheiße. Boah, wäre ich nicht gesprungen gerade. Was? Merci. Willst du dich mit mir anlegen? Boah. Danke für deinen Follow. Dankeschön. Ich hab jetzt gar nicht mitbekommen. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Dass noch jemand geschrieben hat. Ich muss hier mal wirklich ein bisschen aufpassen. Verdammt, die dürfen den Punkt jetzt nicht auch noch fallen. Ganz ruhig, da ist der Geist. Verdammt. Scheiße. Was ist los mit euch? Was? Ja, das war jetzt sehr flach. Trommelwürgel. Haha, Reinhardt. Ist dein scheiß Plan nicht aufgegangen? Noch 10 Sekunden. Stell deine Ohren auf sie. Das kann ich mir nachgedacht. Oh, der Reinhardt ist am meisten nervig hier. Gott sei Dank. Okay, super. Den Punkt haben wir den jetzt nicht gegönnt. Hm, hm, hm. Hm, hm. Das ist ja schon halb fünf, was zum Teufel. Junkrits. So, jetzt Angriff. Okay, mal gucken. Okay. Hm, das Team. Genji. Okay, ist eigentlich ausgeglichen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Schafft ihr? Das hast du jetzt als Todesurteil besiegelt. Jetzt passiert das Gegenteil. Nein, Spaß. Wir geben alles. Wir geben alles. Hatte ich nicht was anderes? Ach, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich was anderes für ihn. Das hier. Ja, Mann. Abhängen. Hey, ich schub's mich doch nicht. Guck mal, wie er auf mich zielt. Macht's Spaß? Macht's Spaß? Was ist mit dem Team nicht in Ordnung? Ganz ehrlich. Ja. Das Match wird ein Bombenflop. Du hast recht. Ich halte dich am Leben. Ich halte dich am Leben. Ich grüße uns. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ein. Na gucken wir mal. Da kommen ja schon die ersten Pappnasen. Gehen wir mal außen rum, ne? Grüße. 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 Oh Gott. Ich seh nichts. Toll. Sind wir mit dem Heal weg? Mach's gut. Nein, ich töte mich jetzt nicht wegen... Mit dem... Von mir ist... No. Von mir selbst. Mich selbst. Mann. Keine Ahnung, wie ist das gerade zu einem so. Ich bin geschockt. Ich hab mich gerade selber umgebracht fast. So. Wollte ich sagen. Oh Gott, geh weg, geh weg. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich auch. Aber den anderen hasse ich noch mehr. Boah, der Battle hier zwischen Bastion ist krass, ne? Oh fuck. Nein, ich häng fest! Und gehört mir, Eigentum von Lohmauk. Growdogk. Wir haben eine falsche Position, Mensch. Heiß, heiß, heiß. Boah. Agro. Guck mal, wie die alle auf dem Auto stehen. Loll. Was ist denn mit euch los? Schießt da einer hinterher oder? Oder ist das los? Fuck. Fuck. Nein. Gott sei Dank, hab ich den noch gekriegt, ey. Die Wände wieder. Und Widow, die auch versucht, mich zu treffen. Warum häng ich schon da fest? Kack doch. Mann, überall ist was im Weg. Gibt's doch nicht. Ich bin halt ein Spätzünder. Der Spätzünder. Besucht. Tod oder lebendig. Ich bin halt ein Spätzünder. Komm, ich bin schon den Checkpoint holen, können wir uns auch noch schnappen. Boah, super. Zusammenarbeit hier. Die verständigen sich. Okay. Scheiße, ich wollte da hochwerfen. Boah, ich lasse mich ja auch noch von der locken. Ich kann nix machen, die da oben nervt. Ach, die nervt da oben so. Einfach weggehen, damit sie kommt. Locken wir sie mal. Ich hab's nie gehört. War klar. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier aufpassen soll. Ja, waren sie alle verschwunden. Sieg!